Hey Leute und wir kommen wieder zu einer weiteren Zockbox. Es tut mir auch leid, dass halt in letzter Zeit sehr wenig Videos kamen. Zuerstens, wie gesagt, bei den letzten Livestreamen, den ich letzte Woche Sonntag, glaube ich, gemacht habe, habe ich alles gesagt, dass es halt mit der Arbeit, wegen Kurzarbeit und so, wahrscheinlich, wenn das in Kraft tritt, dass ich da halt ein bisschen mehr Fokus auf meine Arbeit lege, ist ja wohl klar, ein bisschen mehr arbeiten und so, ein bisschen mehr Geld anhäufen und so, das hat dann erstmal Priorität als Videos zu machen. Nochmal so kleine Info am Rande. Und dann hatte ich jetzt am Dienstag meine Booster-Impfung und deswegen bin ich da auch jetzt nochmal ein bisschen ausgefallen, ein paar Tage, weil der Dienstag im Laufe des Tages ging noch, aber dann halt einen Tag später, also der Mittwoch, da lag ich komplett flach. Gestern ging es mir um einiges besser, heute auch wieder. Und ja, Zockbox kam eben an, Gott sei Dank. Ich hatte nämlich gedacht, nämlich weil die Leute von der Zockbox, weil Hermes hat irgendwie sein Unternehmen irgendwie eingestellt. Deswegen wird das jetzt mittlerweile alles mit DAL geliefert und ich bin kein großer Fan davon, weil ich habe nämlich schon gedacht, nämlich wo mir erstens kam, das wurde es erst bei den Leuten nicht abgeholt, weil, wie gesagt, durch die Umstellung und so, alles gar kein Problem. Aber das Problem halt, ich finde, bei DAL ist halt, die klingeln halt nicht. In manchen Fällen klingeln die halt einfach nicht, schmeißen einfach eine Karte in den Briefkasten und sagen, ja, wir waren da, wir haben geklingelt, obwohl du zu Hause warst, hatte ich nämlich die Befürchtung, dass es diesmal auch so sein wird, aber Gott sei Dank war es nicht der Fall. So, habe ich auch schon vorsichtig aber schon mal geöffnet. Eins, zwei, drei, vier und die fünf. Der Karton kann weg. Ah, Mann, ey. Ich bin mal gespannt, ey, was wir diesmal drin haben. Theme Park. Okay, das ist auch von Peter Moninö, der auch Theme Hospital gemacht hat, was ich schon in meiner Sammlung habe. Aber so, wie ich das sehe, sieht das mal wieder einwandfrei aus. Wie geleckt, ey. Scheint aber keine Anleitung drin zu sein. Vielleicht kriege ich das mit einer Hand auf. Ja, ohne Anleitung. Ich schau mal kurz. Die CD, ja, nur mal ein bisschen sauber machen, dann geht das vollkommen klar. Ja, werde ich mal ausprobieren. Ich habe sonst nur Theme Hospital gespielt. Und, äh, das hat mir sehr gefallen. Und da denke ich mir mal, da mal rein zu schnuppern. Ja, wird mal was anderes. Äh, Dog Island, keine Ahnung, ist das hier so eine Art Simulationsspiel? Sieht auf jeden Fall, ziehe deine Hunde coole Kleider an. Okay. Ist auch so eher was in der Richtung, was ich mir nicht zwingend in meine Sammlung holen würde. Natürlich wieder ohne Anleitung. Was sagt die CD? Oh, 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 oh. Einige tiefe Kratzer. Und übelst dreckig. Da muss ich wirklich mal drüber gehen. Na. So. Ja, wie gesagt, kann ich nichts dazu sagen. Habe ich auch noch nie gesehen. Wird vielleicht auch so ein Spiel, was nicht zwingend in meiner Sammlung bleibt. Was haben wir hier? World Racing 2. Hm. Ja, ich bin jetzt auch kein Rennspiel-Liebhaber, sage ich mal. Aber ich habe es halt nicht in meiner Sammlung. Deswegen, ich würde mal sagen, darf es auch bleiben. Die CD sieht einmal frei aus. Sogar diesmal mit Anleitung. Ja, sagt mir nichts. Wie gesagt, mit Rennspielen habe ich großen Teilen nichts am Hut. Schade, nur ein PS1-Spiel. Davon würde ich mir viel mehr wünschen. Was haben wir hier? Äh, Sledstorm. Ui, ui, ui. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal bin ich wieder ohne Anleitung. Äh, auch noch diesmal mit diesem Untergrund, wo nämlich, äh, nicht wirklich, äh. Ja, ich mag diesen Untergrund irgendwie nicht. Weil das hat nämlich immer den Anschein, dass meine PS2 durchdrehen würde. Ja, kann ich auch nichts dazu sagen. Sportspiel halt. Was haben wir als nächstes? Oh. Oh, sogar noch eingepackt. Oh. Junge, 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 Junge. Spiel und Handbuch auf Deutsch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel überhaupt indiziert ist. Oder so. Keine Ahnung. Aber das hat auf jeden Fall der Wesker, äh, mal einen Stream gespielt. Könnt ihr gerne mal auf seinen Kanal reinschauen. Also, das ist mal so ein Spiel, wo ich mich drüber freue, das zu haben. Ja. Sogar noch eingepackt, Leute, ey. So. Also, diesmal mit der Zockbox. Ja, ähm, wieder mal so semi zufrieden, sag ich mal. Aber, wie gesagt, man hat keinen Einfluss drauf. Deswegen, keins der Spiele ist doppelt. Daher, ja, bin ich relativ zufrieden, ne. Die ganzen Spiele habe ich noch nicht in der Sammlung. Äh, und werde sie aufnehmen. Ja. Natürlich wieder nicht, äh, dem Preis gerecht. Aber, wie ich schon sagte, man hat keinen Einfluss drauf. Man muss halt damit rechnen, dass man halt mal ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen Schrott Spiele kriegt. Aber, naja. Deswegen hoffe ich euch hat nämlich das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr seid in dem nächsten Video wieder mit dabei. Also haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.